Hallihallo ihr Lieben! Ja, ich möchte mich ganz ganz doll bei euch bedanken für all die lieben Kommentare, die unter den ganzen Videos waren. Ich denke mal, ich bin mittlerweile auch auf dem aktuellsten Stand. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Wenn dem so sein sollte, dann einfach nochmal Pieps sagen, ganz besonders dann, wenn eine Frage drin gestanden hat, weil die würde ich natürlich dann schon ganz gerne noch beantworten. Womit komme ich heute? Mit einem Design-Team-Biltrag von der Kräuterhexe Betty. Betty ist auch in meinem Design-Team. Erstmal ganz liebe Grüße an mein restliches Team. Ich danke euch ganz 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 herzlich für eure Unterstützung, für euren Support. Ja, manchmal vergesse ich das leider in den Videos zu sagen, aber ich denke, mein Team weiß, wie nah ich ihm verbunden bin, für die viele, viele Unterstützung, die sie mir zuteil werden lassen. Die liebe Kräuterhexe Betty hat keinen eigenen YouTube-Kanal und von daher, wenn ihr etwas seht, was sie gemacht hat oder so, kann ich lediglich versuchen, dazu dann vielleicht ein Video zu machen. Bei dem letzten Design-Team-Beitrag zu dem Junk-Journal wird das definitiv ein Video von mir geben. Ich denke mal, dass ich sowas hinbekomme und habe da auch schon eine Idee. Mal gucken, vielleicht schaffe ich das auch, an dieses Video hinten ranzuhängen. Ich muss mal gucken, dass ich mir abends einfach mal auch, ja, nicht bis 23 Uhr Pakete packe, sondern eben halt auch mal ein bisschen früher aufhöre und dann wieder Videos drehe. Aber ja, mein Anliegen ist natürlich, dass eure Ware so schnell wie möglich zu euch kommt. Wir werden das jetzt hier mal auspacken. Sie hat mir, ja, wieder ein paar kleine Goodies reingepackt. Ich bin schon mega gespannt. Sie sagte, es ist gesund. Und da bin ich ja immer sehr, sehr glücklich drüber. Und sie hat mir wieder ein Gläschen Brennnesselsamen mitgeschickt. Da freue ich mich ganz, ganz doll drüber. Brennnesselsamen haben nämlich einen unwahrscheinlich hohen Vitamin C-Gehalt. Und die kommen und sie sind auch leicht entwässernd. Also sie, ja, haben was mit dem Wasserhaushalt im Körper zu tun. Und die kommen immer bei mir mit in meinem Smoothie mit rein. Super, freue ich mich ganz doll drüber. Weil mein Gläschen ist, so geht es so langsam zur Neige. Und da bin ich schon gespannt, was hier drin ist. Da ist mein Thymian. Oh, wie cool. Denn ich habe vor kurzem meiner lieben Freundin ein Gläschen abgefüllt. Und das ist ganz toll, dass ich mir mein Gläschen wieder auffüllen kann. Super, ich freue mich ganz, ganz doll. Du kannst mir mal sagen, ob du diese Gläser gerne auch wieder zurückhaben möchtest, um sie nochmal neu zu befüllen. Wenn du genügend hast, gar kein Thema. Aber ja, so kleine Gläser sind ja immer ganz gut. Ey, das ist voll der Knaller. Ich freue mich mega. Weil Thymian hat wirklich eine ganz, ganz tolle Wirkung, wenn man mit Husten zu kämpfen hat. Ja, ganz besonders durch die Corona-Zeit gab es ja ganz viele Menschen, die eben halt ein Husten zurückbehalten haben. Und der hilft wirklich. Dreimal täglich so ein Tässchen von getrunken. Und das wirkt echt Wunder. Also ich lasse meins zwar nicht ganz so lange ziehen, weil es mir dann zu bitter wird. Aber das kann ja jeder nach Gusto eben halt machen. Ja, das war aber nicht alles. Hier ist nämlich noch ein kleines Tütchen, also ein kleines Täschchen. Engel, Engel, wenn ich das so anfasse, ahne ich ja schon wieder... Ich ahne ja schon was. Man hat ja so sein... Naja, da ist doch... Oh, toll. Oh, Entschuldigung, aber... Oh, das ist so, so schön. Oh, da freue ich mich ganz, ganz dolle drüber, weil der steht schon ganz lange auf meiner Wunschliste. Und jetzt habe ich ihn. Und ich liebe Pusteblumen. Ich finde den so schön. Aber ja, manchmal muss man eben halt Prioritäten setzen, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Und bei mir steht natürlich in erster Linie, ähm, erst mal die ganzen Verbrauchsmaterialien für den Shop auf der Liste. Oh, da freue ich mich ganz dolle drüber. Ich danke dir, mein Herz. So, und dann kommen wir aber auch ganz schnell zu dem, wofür wir eigentlich hergekommen sind. Nämlich zu dem neuen Junk-Journal von der lieben Betty. Ich nehme das mal jetzt hier aus dem Bild. Auch wenn ich mich mega freue. Danke, Engel. Bei dem Junk-Journal gibt es auch dieses Täschchen wieder dazu. Ganz toll. Und dann haben wir hier dieses Exemplar. Was schon mal, ja, sehr nett aussieht. Hier drunter verbirgt sich eine Osterschokolade. Ein ganz tolles, also Goodie dazu. Also finde ich total lieb von ihr. Denn auch dieses Junk-Journal steht dann wieder zum Verkauf. Ähm, dieses Journal hat zwei Signaturen und sind je mit 25 Seiten bestückt. Und die Maße sind 20 mal 13,5. Ähm, und jetzt werden wir uns mal gleich auf Entdeckungsreise begeben, weil sie hat geschrieben, dass es ganz viel zu entdecken gibt. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also alleine schon, dieser Verschluss ist gigantisch. Also ist mega. Ja, weil sie hat hier ein Gummiband rangemacht, was man dann hier drüber zieht. Voll cool. Und sie hat hier eine ganz zauberhafte Libelle rangemacht. Und wenn ich das richtig sehe, kann man das hier auch abmachen. Ja, also wieder eine ganz tolle Raffinesse. Das legen wir mal hier beiseite. Und dann klappen wir es nach oben auf. Ja. Also es wird erstmal so nach oben aufgeklappt. Und dann klappen wir es nach links auf. Und da haben wir auch schon die erste Tasche. Ich werde mal das hier rausnehmen, damit das nicht so irritiert im Bild. Da haben wir schon die erste Tasche. Und sie hat hier mit, ähm, dem Ausschneidebogen gearbeitet, wo die Motive im quadratischen Format vorlagen. Diese ganzen Ostermotive. Also das war ein Porträt-Kartenbogen von mir. Und da hat sie hier eine Seite drunter gemacht, die sie auch noch total cool gestaltet hat. Es ist praktisch auch nochmal eine Tasche, die man hier gut... Oder sollte das so sein? Nee, das sollte nicht so sein. Es ist ein Bogen, der leider ein bisschen zusammengeklebt ist. Aber den werde ich jetzt ganz vorsichtig lösen. Ja, manchmal kann das eben halt passieren, dass dann doch noch irgendwo ein Klebetropfen war und dann... Oder aber von der Farbe selber. Aber da hat sie hier einen Bogen richtig toll mit, ähm, Gold überzogen, was auch nicht abfärbt. Und innen drin hat sie es gestenzelt. Mit Rosen... mit so einem Rosen-Stencil eben halt. Und das Ganze kann dann hier rein oder aber vielleicht auch in eine andere Tasche, je nachdem, wo man es einarbeiten möchte. Dann schlagen wir die nächste Seite nach links auf. Und da haben wir dann jetzt praktisch das komplette Journal aufgeschlagen. Und hier sind auch wieder kleine Zettelchen drin. Ich werde mir mal gleich noch einen nehmen. Den werde ich bestimmt im Laufe des Videos noch brauchen. Ja, und dann haben wir hier eine Signatur und hier eine Signatur. Ja, also auch wieder so ein seitwärts klappbares. Nur, dass diesmal diese Signatur hier dran ist. Nee, beim letzten Mal war es auch so. Also, dann schlagen wir mal hier die erste Seite auf. Da ist dieses schöne Tulpen-Motiv. Und hier hat sie ein Schmetterling rangemacht. Ja, der hat ein bisschen gelitten, weil er hier durch die Seite oder durch diese Signatur ein bisschen geknautscht wurde. Aber ja, ein Journal darf ja ein bisschen junkig aussehen. Kurz mal nicht nachgedacht. Zack, glücklich. Ja, den Spruch, den liebt sie. Den habe ich schon öfters gesehen in ihren Journals. Und ich finde den auch sehr, sehr toll. Ja, hier hat sie dann gestempelt und ganz viel Freifläche zum Schreiben gelassen. Und auch hier kann man mit einem schönen dunklen Stift draufschreiben. Denn man sieht auch hier, dass der Stempelabdruck in dem dunklen Braun oder Grün gut durchkommt. Dann hat sie auch hier gestenzelt und hier so einen leicht erhabenen Sticker aufgebracht. Und gesprenkelt ist auch noch. Hier haben wir wieder dann das schöne Osterpapier. Meine Designpapiere sind immer nur einseitig bedruckt. Und meistens auch in Cremefarben. Nicht immer, aber meistens. Jo, hier hat sie eine Serviette aufgebracht und auch noch mit Glimmer überzogen. Sieht total schön aus, mit ganz vielen Vögelchen. Hier hat man so eine Art Verpackungsmaterial drin. Total geckig. Da könnte man sich glatt auch noch dünne Streifen durchziehen und hätte dann nochmal ein cooles, ja, eine coole Ansicht. Sagen wir es mal so. Mir fehlt gerade das Wort. Hier ist wahrscheinlich auch aus einer Serviette, weil das Motiv kommt mir unbekannt vor, ist aber auch nicht weiter wichtig. Hier ist aus dem Standsteilset Vintage Ostern, Mensch, Vintage Ostern 2, der eine Schmetterling. Und dann hat sie hier auch mit ganz vielen unterschiedlichen Dinge aufgeklebt. Aus Buchseite und Motivpapier. Alles wieder mit einer Zackenschere abgeschnitten und auch noch zusätzlich geinkt. Auch hier haben wir wieder ein kleines Zettel drinnen. Einen kleinen Zettel. Ja, ich bin ein bisschen in Hektik, weil ich möchte eigentlich zu Hermes. Und da ich zu Hermes will, möchte ich das abdrehen, damit ich dieses Journal gleich wieder zurück auf die Reise zu Betty schicken kann. Ähm, ja. So, dann haben wir die nächste Seite. Hier haben wir dann die Möglichkeit, etwas runterzumachen, weil sie eine Büroklammer befestigt hat mit diesem Motiv. Auch hier ist wieder ganz viel gestänzelt worden. Das ist das richtige Vintage Papier. Da habt ihr mich ja echt überrascht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass dieses richtig alte Vintage Papier, ähm, für Ostern bei euch so gut ankommt. Also, der Drucker hat gestern, weiß ich nicht, an die 50 Seiten, äh, gedruckt, weil ich gar nicht hinterhergekommen bin, das dann eben halt immer gleich parat zu haben, wenn ich die Pakete packe. Auch hier ist eine Tasche, wo eins der quadratischen Motive mit eingefügt wurde. Weil dieses ist eben halt auf weiß. Das ist nämlich mit 210 Grammatur. Und da habe ich noch kein adäquates in Creme. Jo, dann gehen wir mal zur nächsten Seite. Auch hier hat sie so ein Motiv aufgebracht. Hier haben wir wieder die Tulpen. Auch hier ganz toll hervorragend gestempelt und gestänzelt. Und trotz alledem viel Platz noch zum Schreiben. Hier hat sie ein Bellyband eingearbeitet. Da habt ihr mir übrigens noch keine Info gegeben, ob ihr gerne Bellybänder haben wollt. Ich habe welche mit englischen Sprüchen und ohne. Das wäre nochmal echt super, wenn ihr mir dazu was sagen könntet. Jo, dann haben wir hier wieder eine Tasche. Da hat sie von dem Designpapier sich ein Teil rausgeschnitten und das eben halt als Tasche eingearbeitet. Und ringsrum auch nochmal gewischt. Ja, hier haben wir einen Umschlag und eine Karte, die man dann eben halt für seine Ostergröße verwenden kann. Da könnte man sich hier noch einen Spruch draufsetzen. Und schon ist die Karte versandfertig. Natürlich mit den Glückwünschen. Auch dieses Motiv ist aus Vintage 2 Stanzteilen. Also aus dem Stanzteilen Settlement 2. Und hier hat sie auch wieder schön gewischt und gematscht. Und auch wieder hier mit der Zackenschere alles noch designt. Ja, das ist auch aus einem Porträt-Kartenbogen mit den Osterhasen. Den hat sie hier mit aufgebracht und auch wieder hier schön gewischt. Das ist, denke ich mal, ein gekauftes Papier, also schon vorgedrucktes Papier mit einer Maserung in Grün, was sich hervorragend hier einfügt. Hier haben wir die nächste Karte, die wir für Osterglückwünsche verwenden können. Ganz, ganz toll. Mit einer Tasche schön versteckt. Und hier könnte man dann praktisch seine eigenen Ostergröße, die man im Feld bekommt, oder Frühlingsgröße hier dann drinnen aufbewahren, wenn man das dann möchte. Ja, hier haben wir dann weitere kleine Die-Cuts aus dem Porträt-Kartenbogen Vintage Osterhasen, die sie auch nochmal schön geinkt hat an den Rändern. Ganz, ganz hervorragend. Und eine Tasche für die Karten auf dieser Seite eingeklebt. Ja, hier ist auch wieder Designpapier aus einem der Ostersets, denn ich habe ja, glaube ich, zwei oder drei gemacht. Ja, hier wieder ganz viel Platz zum Schreiben. Hier haben wir dann wieder dieses Verpackungsmaterial. Wieder aus dem Vintage 2, dieses Standsteil. Ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr das besser sehen könnt. Ich hoffe, das ist gut zu erkennen. Ja, das Blöde ist eben halt, dass meine Handyhalterung so viel von meinem Monitor hier überdeckt. Eine andere kann ich aber nicht nehmen, weil dann nimmt die Kamera wieder nicht auf. Ich muss ja gucken, dass ich die Kamera frei habe. Naja, kommt alles. Ja, hier wieder dieses braune Papier drinnen und auch hier wieder viel Platz zum Schreiben, denn hier haben wir wieder eine Seite aus dem Vintage-Papier. Ja, und dann sind wir hier auch schon in der Mitte und hier haben wir dann wieder eine Karte, eine Postkarte mit einem schönen Hasenmotiv. Manchmal möchte man ja aus seinem Osterurlaub einfach mal nur eine Postkarte schicken. Bietet sich hervorragend an. Hier hat sie einen Aufkleber aufgebracht, Ex Libris. Auch diese gibt es in meinem Shop käuflich zu erwerben. Ja, und dann blättern wir mal von rechts nach links rüber. Diese zweite Signatur. Ich schiebe das mal so ein ganz kleines Stückchen, dann könnt ihr das besser sehen. Hier hat sie auch nochmal auf diesem Designpapier drüber gestempelt, damit das noch so ein bisschen Vintage-ger aussieht. Und auch wieder schön die Ecken eingerahmt. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir etwas ganz Dickes. Da bin ich mal gespannt, wie ich das löse, denn ich bin ja... Ah, hier hat sie ein Paperclip gemacht mit den Ostermotiven. Ganz, ganz herzallerliebst. Den legen wir mal kurz an die Seite, denn hier haben wir jetzt die Möglichkeit... Ich muss mal gucken, wie das hier alles aufgeht. Ah, so geht das auf. Da hat sie nämlich den Kartenbogen, den ich als Goodie mit beigelegt hatte, aus den kleinen Motiven hier so eine Ziehharmonika praktisch gemacht. Wo man denn auch hier noch Grüße oder, ja, Gedanken... Grüße ist ja Blödsinn, aber Gedanken eben halt draufschreiben kann. Ganz tolle Idee. So, fummeln wir das hier mal wieder ran. So, mal gucken, ob ich mich auch nicht zu nass einstelle. So, ganz toll. Ja, und hier ist aus diesem schönen nostalgischen Vintage-Papier eine Seite sogar mit Linien eingearbeitet worden. Denn einer wie ich zum Beispiel, der braucht immer Linien, weil sonst ist der Text irgendwann schräg. Auch hier wieder schön abgesetzt mit einer Bordübe am Rand. Hier haben wir eine Tasche. Da hat sie dann auch wieder, das ist eine Seite nur, da hat sie ein schönes Mandala oben aufgebracht, schön gesprenkelt und gewischt. Und auch auf der anderen Seite auch, wahrscheinlich mit Kaffee eingelegt. Oder eingepinselt. Und eine schöne Tasche eingearbeitet. Entschuldigung, Moment. Ja, Entschuldigung. Ich vergesse jedes Mal, mir hier was mit zu trinken, hinzustellen. Und manchmal hat man dann so einen kleinen Krümel im Hals. Ja, auch hier hat sie dann wieder eine Tasche eingearbeitet und ein Kärtchen hier reingemacht. Und auch wieder schön gestempelt und, oder gestempelt besser gesagt, und hier wieder eine schöne Randbordüre. Ich weiß gar nicht, hat sie das auch bei den anderen Seiten so gemacht, sodass ich das komplett vergessen habe. Nieder hat sie es nicht so unbedingt gemacht. Aber das ist natürlich eine schöne, ja, es sieht gleich nochmal anders aus eben halt. Ja, hier haben wir auch wieder eine schöne Seite mit Linien und einen englischen Spruch, den ich jetzt nicht vorlesen werde, weil, ja, ihr wisst. So, hier haben wir dann wieder eine Postkarte, oder besser gesagt, eine Karte mit einer schönen Ananas. Die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, aber das ist ja gar kein Problem. Da fällt demjenigen bestimmt was Schönes zu ein. Ja, hier haben wir den schönen Vintage-Osterhasen, der eben halt auch eine Tasche beinhaltet, um Dinge reinzumachen. Ja, die ist natürlich richtig, richtig knallig, die Seite. Ich bin ja eher der Mensch so mit ruhigen Farben und so, deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht der typische Dunk-Journaler oder so. Weil mich, mich macht das unruhig, sagen wir es mal so. Aber für andere ist es eben halt einfach mal, die Unruhe aus dem Alltag in so ein Journal hineinzubringen, um in der Seele wieder frei zu sein. Und das finde ich natürlich total cool. So, gut, dass ich mir den Zettel hingelegt habe, denn hier haben wir eine Tasche, wo wir dann noch was einstecken können. Hier hat sie das schon gleich vorgegeben und auch hier wieder toll gestenzelt. Diesmal in so einem, ja, Brombeerrot, was ja auch zum Frühling dann ganz gut passt. Dann kommen ja die ganzen Früchte und so. Hier hat sie einen kleinen süßen Osterhasen von mir aufgebracht und auch hier unten die Ostereier. Ja, auch diese Seite bietet sich hervorragend an, gleich zum Losschreiben. Wieder ganz toll gestenzelt. Hier hat sie die Bordüre unten angeklebt. Und hier sind wir dann auch schon bald am Ende. Ja, es ist immer schade, wenn dann so ein Journal gleich zu Ende ist. Aber hier hat sie euch dann noch eine Tüte mit reingelegt in einem ganz zauberhaften, süßenputzigen Ostermotiv. Da kann man dann eine nette Naschi-Sache verschenken oder aber es hier noch mit einarbeiten. Und hier ist ein Mandala, was sie ausgeschnitten hat. Auch wieder schön noch geinkt und ein kleiner Briefumschlag, wo auch wieder eine Karte drin ist, die man dann noch beschreiben kann. Das Design gefällt mir richtig gut. Also ich bin eher so diese Fraktion in diesen Farbtönen oder aber besser gesagt in dieser Art Ruhe. Also nicht unbedingt, dass es jetzt geometrische Figuren sein müssen. Aber ja, alles was über drei Farben hinausgeht, ist für mich schon so unruhig. Aber das bin ich, ja. Das ist kein Maßstab. Jeder ist da eben halt anders. Ja, und auch hier hat sie wieder Stencils aufgebracht mit in Grün, also Pflanzenmotive, was ja wunderbar zum Frühling im Zelt passt. Ja, mit der Zeit wird die Zeit immer wichtiger. Ja, nur leider vergessen wir das manchmal. Und hier auch wieder ganz viel gestänzelt, sodass hier auch noch ganz viel Möglichkeit zum selber gestalten ist. Ja, ganz viel Freifläche noch. Ganz, ganz hervorragend. Oh Gott, ganz viel ganz. Und wieder einen kleinen Zettel auch zum Weiterverwurschteln und Einarbeiten. Ja, und hier hat sie auch ein ganz süßes, putziges Ostermotiv raufgebracht. Ich weiß gar nicht, ob das aus meinem Designpapier ist oder ob das auch eine Serviette ist. Aber es fühlt sich eigentlich an eher wie eine Serviette. Ja, liebe Betty, ich danke dir wirklich ganz herzlich. Das ist wieder ein hervorragendes Journal geworden. Auch diese Signaturen sind auf beiden Seiten eingenäht. Sie sind nicht entnehmbar. Auch das sollte man wissen. Der eine mag es, der andere mag es lieber, wenn er es rausnehmen kann. Da es aber nicht sehr, sehr aufträgt, denke ich mal, kann man hier drinnen wunderbar arbeiten. So, jetzt muss ich mal gucken. So wird das zusammengelegt, oder? Ah ne, so rum. So rum wird ein Schuh. Auch hier kann man noch wunderbar draufschreiben. Und auch hier hat sie eine Buchseite aufgebracht. Die steht ein bisschen Kopf, aber das Leben steht manchmal auch auf dem Kopf. Von daher ist das überhaupt gar nicht schlimm oder so. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Pfiff. Dann hat sie hier einen Osterhasen aufgestempelt und auch wieder ein kleines Aufkleber. Der ist so ein bisschen erhaben. Das ist, glaube ich, so ein Papi-Sticker. Aber der passt natürlich hervorragend mit diesen anderen Küken hier mit hinein. Ja, und dann schlagen wir das Ganze wieder zu. Oder, warte mal, so rum und so rum war es, glaube ich. Ja, so rum. Ja, man merkt, ich bin nicht der wirkliche Junk-Journaler, aber das ist auch nicht weiter tragisch. Ich hoffe, euch hat meine kleine Mini-Präsentation gefallen. Ach so, jetzt wollte ich euch schon was unterschlagen. Hier oben ist auch nochmal so ein richtig schöner Vintage-Aufkleber aufgebracht. Auch so ein Papi-Sticker, aber ja, der sieht richtig toll aus. Also man sieht ihm überhaupt nicht an, dass das ein Sticker ist, aber man sieht ihm die 3D-Haptik an. Und von hinten sieht es so aus. Auch hier hätte man noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man das denn möchte. Also die Idee hier mit dem Knopf, die muss ich mir auf jeden Fall stibitzen, weil die finde ich total cool. Ja, und dann schlagen wir das Ganze hier wieder über. Und dann können wir das Ganze verschließen. Und wenn es denn doch ein bisschen dicker geworden ist, können wir es eben Teil zweifach verschließen, weil wir haben hier einen Gummizug, der wirklich lang genug ist. Und dann habe ich euch ja, na nun komm schon, so, wird ein Schuh draus. Ja, und dann hat sie hier auch nochmal einen ganz zauberhaften Charme rangemacht. Ich glaube nicht, dass es der Baum des Lebens ist, weil ihm fehlen die Wurzeln hier unten. Aber es ist ein wunderschöner Baum, der ja auch den Frühling ganz gut symbolisiert. Ja, ihr Lieben, also ich bin wieder mega begeistert. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese tolle Arbeit. Und ich werde das jetzt wieder ganz hübsch verpacken. Und dann geht es wieder zurück zu dir auf die Reise. Und dann können die Interessenten, die das dann gerne haben, über die E-Mail-Adresse, die ich in den Infobox reinschreibe, sich bei dir melden, wenn sie es dann gerne haben möchten. Denn noch ist ja bis Ostern ein bisschen hin. Und ich denke mal, das ist eine total schöne Idee hier gewesen. Und ich hoffe, dass sich jemand, ja, für dieses tolle Journal erwärmt. Jetzt muss ich mal gucken. Und, ach so, sie hat auch mir noch geschrieben gehabt, dass sie extrem aus ihrer Komfortzone rausgesprungen ist. Denn es ist sehr, sehr bunt. Ich wollte doch sagen, also normalerweise ist meine Betty gar nicht so bunt unterwegs. Aber Frühling, Ostern, das ist natürlich irgendwo bunt. Und also, ja, und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich finde, auch eine Zeit der Besinnlichkeit. Aber das geht wieder in eine andere Richtung. Das muss jeder für sich selber wissen entscheiden. Jo, also, ich mache jetzt erst mal hier einen Cut. Sollte ich es jetzt nicht schaffen, noch ein Video hier hinten ranzuhängen, dann seht ihr das ja an der Aufnahmezeit. Aber mir liegt das wirklich am Herzen, diese Technik, weil danach ist eben halt auch schon gefragt worden, das euch näher zu bringen, wie man sich so ein zweiseitiges Journal machen kann. Denn ich brauche nämlich definitiv eins für meine Arbeit, für den Job. Und deswegen dachte ich mir, ist das doch eine richtig gute Möglichkeit, euch das dann nahe zu bringen. Das wird natürlich ein bisschen von der Gestaltung anders aussehen, wie die herkömmlichen Journals wahrscheinlich. Aber das Prinzip ist letztendlich dann dasselbe. Also, in diesem Sinne erst mal, bis später.